Hallo Leute, es ist wieder Zehenfreiheitsfreitag und ich freue mich euch heute willkommen zu heißen auf dem Sommerfest, was wir veranstalten. Und wir nutzen dieses Fest, um den Leuten ganz, ganz viel Wissen zu vermitteln über kompromisslose Zehenfreiheit. Zum Beispiel über die Druckmessplatte, aber auch natürlich über das noch bessere Tool, die Function of Footmap, mit Fußabdrücken, die wir nehmen. Die helfen den Leuten, die Wichtigkeit der Zehenfreiheit zu erläutern. Und die Leute sind sehr gespannt auf einen Schuh, nämlich unseren neuen Nimble Toast Jog 2.0. Freuen sich unglaublich auf den, den haben wir bereits hier. Das ist eine gute Sache und worüber ich mich besonders freue, zeige ich euch mal, ist, was wir dieses Jahr frisch gebraut haben. Nämlich in limitierter Edition, eine Bratwurst für mich nachher und für mich jetzt schon ein Kölsch, Joe Nimble Beer 2019 Edition. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin, fröhlichen Zehenfreiheitsfreitag.